So, wir gehen direkt rein. Nicht lange schnacken, ne? Nicht lange schnacken. Haben wir keine Zeit für. Da ist uns auf der Fersen. So, das läuft, das läuft. Oh, es fühlt sich gut an. Morgens in dem Spiel. Es fühlt sich richtig gut an, glaube ich. Ey, was wollten wir machen? Irgendwas war doch, ne? Wollte ich da hoch? Ich habe aufgehört gestern mit Essen kochen, richtig? Genau, ich habe nochmal geangelt. Und habe Essen gemacht. Und genau, und jetzt fehlte noch, ich wollte noch einen Ofen machen, damit ich, ja, 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 ich bin wieder da. Ich bin wieder da, nichts vergessen. Alles super. Wie würdest du das Spiel bewerten? Erstmal würde ich sagen, an alle, die sagen, das muss man zusammenspielen. Das ist Bullshit. Ja, also ich habe hier, also alleine, zum Beispiel jetzt gerade, mega Bock drauf. Wirklich jetzt. Ich würde sagen, da kannst du spielen für, ich sage mal, müsste ich mich entscheiden zwischen 30 Euro Goldhunter Simulator und 17 Euro dieses Spiel, dann würde ich dieses Spiel nehmen. Tatsächlich, ja. Ich weiß, ich habe das Spiel selber getrashtockt ohne Ende, aber das ist gut. Wirklich, das ist echt gut. So, wir müssen, äh, hier ist ja einmal ringsrum alles voll. Ich glaube, hier gehen wir wieder gut mit Loot raus. Und dann können wir wieder ganz entspannt nachts hier alles looten. Da gucken wir unter mir allein, wie viel da ist. Und der Haiköder stimmt, der Haiköder bringt zwei, drei Minuten, ne? Haiköder wäre smart. Wo war der? Zwei Seile. Das ist preiswert. So, wir, ich habe acht nach ungefähr die Scheiße rausgeschmissen. Während der den Köder da frisst, kann ich den dann auch töten? Ist der so krass abgelenkt? Oder würde das nicht funktionieren? Dachte schon, das Update kommt nie. Plötzlich war es da. Tatsächlich habe ich das letztes Jahr vor fast genau einem Jahr einmal angezockt. So, und dann als Scheiße befunden. Ne, ich habe, also ich habe, weiß nicht, ich glaube, zwei Stunden. Zwei Stunden gespielt oder so. Aber jetzt, wenn du dich rein, das ist halt immer, bei mir ist halt sowieso allgemein so eine Scheiße, dass ich immer Spiele anspiele und innerhalb von ein paar Sekunden sage, ja, okay, scheiße. Ne, weil ich mich nicht genug damit auseinandersetze. Das ist immer blöd. Boah, war gut gemacht, ne? Boah! Ich bin ja eine wilde Maschine, ey! Was geht? Zack, wir haben Ruhe. Let's go, let's go, let's go. Jetzt schnell! Alter, der Metallspeer! Junge! Der Metallspeer! Der ist es! Der Metallspeer einfach! Nehmen, alles einsammeln, bevor das voll läuft und dann bauen wir nämlich gleich auf einmal ein bisschen aus. Okay, aber erstmal muss ich auch Essen haben, weil sonst ist es kritisch. Kritisch mit dem Essen. Moin, grüßt euch! Hast du geschlafen? Nee, ich schlafe nicht. Schlafe nicht? Nein, doch, natürlich habe ich geschlafen. Aber auch wieder erst um drei im Bett gegangen, ich Idiot. Oh nein! Da ist die Nähe, nächste! Steuerbord, Backbord! Keine Ahnung, was das alles heißt, aber das wird schon... Backbord ist links, Steuerbord ist rechts! Skateboard ist unter uns! Let's go! Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin auch viel zu dämlich, um mir das einzuprägen, sage ich ganz ehrlich. Das bringt nichts. Selbst wenn du mir das 30 mal sagst, was Steuerbord, Backbord, Skateboard, Snowboard ist, ich werde es mir nicht merken können. Ist nicht. Wirklich, kein Spaß. Dafür ist mein Gehirn nicht... nicht gemacht. Logika, könntest du mir einen Gefallen tun? Alle, die sich wegen Werbung beschweren, erstmal, also musst du dir nicht merken, wenn du merkst, das ist schon der zweite oder dritte Mal, dass der oder diejenige rumholt. Entweder Timeout, also erst löschen und dann Timeout. Meinst du, ist das machbar? Ich finde das extrem nervig, dass immer Leute morgens, morgens, also morgens ist ja sowieso, weiß ich, jeder empfindlich, aber dann geh mir doch nicht auf den Sack damit und guck woanders. Der ist nicht mal böse gemeint. Wahrscheinlich meinst du dann auch nicht böse, sondern willst du mir nur kurz mitteilen, dass ich nicht weiß, dass ihr hier Werbung bekommt. So, verstehst du? Dann guckt einfach woanders, Leute. Es gibt so viele Streams da draußen, macht es. Das ist ja ätzend morgens hier. Ehrlich. Alter, abends nicht einer und morgens gefühlt alle zwei Minuten beschwert sich hier jemand. Der guckt woanders. Oha, dieser Fisch gibt ja anders krank. Yo. Das ist aber echt. Ey, der große Fisch gibt aber gut hier. Muss ich ja sagen. Das hat sich jetzt schon wieder gelohnt. Perfekt. Der große Grill hat sich gelohnt. Was willst du mehr? Eventuell gleich auch große Kisten. Das möchte ich wohl. Das stimmt schon. Jetzt können wir uns nämlich mit dem Hai anlegen. Müssen wir aber Augen aufhalten. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ich habe den Trick, glaube ich, raus, oder? Zack. Fertig, aus. Rein, looten, das ist Stein, ne? Kupfer. Alter, ich brauche nur noch einen Hit. Boah, mega OP. Jetzt wird hier gelootet, was da Zeug hält. Ich sage es euch. Loote den Hai, gibt Haifleisch. Wenn ich den loote, spawnt der schneller. Das haben wir gestern rausgefunden. Und so hätte ich, ey, so habe ich jetzt acht Minuten Zeit. hier unten alles wegzuluten. Und acht Minuten ist viel. Ja, hier hat auch gestern jemand gesagt, geh ruhig auf eine große Insel. Du wirst schon nicht sterben. Ne, Kalle? Und da war ein Schwein da. Und der Schwein, das greift mich. Das schleudert mich irgendwo anders hin. Ich bin gestorben. Und er hat 22 Nägel oder so dabei. In der Anfangsphase schon sehr schmerzhaft, wenn man das verliert. Tatsächlich. So, dann können wir jetzt rein. Und jetzt können wir rein. Essen habe ich in der Mache. Ich habe nichts Wichtiges dabei, wenn ich sterbe. doch das ganze Metall. Guck mal. Verkaufen. Was gibt denn hier alles? Pinker Hecht? So was kann man alles angeln? Ja gut, kann ich ja nichts mit anfangen. Das Geile ist, hier ist kein Adler oder so. Das ist das Geile. Also ich habe hier meine Ruhe. Oh scheiße. Wir müssen looten. Fuck. Oh nö. Nicht jetzt. Scheiß Timing. Scheiße. Scheiß Timing. Ehrlich. Kacke. Ich bin überfordert. Was ich jetzt brauche, ist erstmal, damit ich nebenbei einfach produktiv bleibe. Brauche ich eine Anbaufläche. Ich muss produktiv bleiben. So, mal erstmal zwei Stück. So. So langsam wird es was. So langsam aber sicher wird es hier was. Gibt es hier auch so was wie Fenster? Hier ist Abstellraum einfach nur. Verstehst du, was ich meine? Einfach so Abstellkammer für Holz und so. Aber das ist halt kacke mit den Kisten. Muss ich dann doch nochmal umplatzieren, ne? Also muss ja eigentlich. Ja, das geht doch. Ja, siehste. Wollte schon sagen. Ja, okay. Das geht ja zum Beispiel nicht. Aber ey. Ich hab einen Abstellraum. Fuck off. Ich hab einen scheiß Abstellraum. So. Sag nur einer jemand, das sieht scheiße aus. Guck, das passt doch. Guck mal, optisch gesehen, wenn du da so hinguckst, guck dir das mal eben kurz an. Guck mal. Das passt wie Arsch auf einmal. Das kann mir keiner sagen. Als Pferd hat es so gewollt gewesen. Und er war einfach nur aus Versehen. Aus Scheiße machst du Gold. Aus Versehen. So. Fertig aus. Feierabend jetzt hier. Zack. Geil. Oh, jetzt wird auch dunkel. Das wäre der perfekte Timing. Willst du noch lange was zu tun haben? Ah. Ich weiß ja nicht. Let's go. Ich brauche Metall, ey. Hast du eine Sauerstoffflasche gekraftet? Ja, was denn noch? Was denn noch? Maschinengewehr? Oder wenn? Ne, sowas habe ich noch nicht. Ja, ja. In die Höhe sagte ich ja gerade. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal noch sammeln. Ohne Ende. Noch ein paar Netze auf jeden Fall. Also viele Netze. Komplette Seite ist noch ohne. Und dann die Öfen. Boah, die Öfen, ey. So. Leute, 12 Uhr 1. Ich muss weg. Oh, ist das geil. Geiles Spiel. Wirklich geiles Spiel. Geiles Spiel. Ehrlich jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall, ja. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Wirklich, hat viel Spaß gemacht. Danke für euren Support, für die ganzen Follows. Vielen Dank. Und, äh, macht ihr gut. Dankeschön und, äh, bis später. Tschö, 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 tschö. Vielen Dank. Vielen Dank.